Ja, da ist uns der Erste, also ich weiß gar nicht, ob das unser Fauxpas war oder wie ich eben schon gesagt habe, der Pauxpas der dritten beteiligten Person. Wir müssen ihr mal einen Namen geben, damit wir nicht immer nur von der Frau reden. Also jetzt haben wir gesagt, dass es erstmal eine Frau ist, das hatten wir vorher nicht oder war, ist, also ich hoffe, sie ist noch eine Frau. Ähm, ja, wie nennen wir sie? Gundula. Gundula, wie die Böse von den Dagobert-Dack-Geschichten, das ist ja auch Gundula, die Hexe, oder? Heißt sie Gundula? Glaube schon, ich esse nochmal ein bisschen von meiner grünen Stange übrigens. Ah ja, auf jeden Fall, Gundel heißt die bei mir. Gundel, nennen wir sie Gundel, das klingt auch viel bayerischer. Genau, Gundel schlicht so um unser Auto rum. Man muss sagen, es war morgens um 10, also kurz vor 10 war es. Und wir hatten ja bezahlt und es war ein bisschen problematisch, das Bezahlen des Parkplatzes, weil das ging entweder nur mit Münzen oder via App. Münzen hatten wir nicht und der Empfang, sagen wir mal so, war grenzwertig, sodass wir nach ein paar Versuchen bezahlen konnten, aber nur bis 8 Uhr morgens. Kann ich kurz einwerfen. Ich hoffe, unsere Zuhörenden hören auch die Vögel, die ich gerade auf den Kopfhörern habe. Ich höre sie auch. Ja, schön. Das ist der Beweis dafür, dass wir wirklich hier sitzen. Ich hoffe, es ist laut genug, dass jeder das mitbekommt. Ja, Entschuldigung, wo warst du? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Also es war kurz vor 10 bis 8 Uhr war unser Übernachtungsplatz bezahlt. Wir waren zu zweit, also da stand noch ein zweiter Wohnwagen. Dieser Platz war fast so groß wie ein Fußballfeld. Da war also echt sehr viel Platz, zwei Camper und halt Gundel. Ja, Gundel schlicht so um unser Auto und dann haben wir gesehen, sie kommt vom Ordnungsamt. Ja, und war auch schon munter am Schreiben und am Fotografieren. Wir waren aber schon im Begriff loszufahren, also wir haben noch quasi eigentlich nur den Peper angeschnallt und die Türen wollten wir zumachen und wollten eigentlich, wir saßen ja schon auf den Sitzen und wollten losfahren. Ja, und für mich war das dann auch irgendwie erledigt. Also ich wusste, okay, wir kriegen jetzt ein Ticket, weil wir scheinbar zu lange hier gestanden haben, aber für Gundel war es ganz, ganz wichtig, Gundel muss nochmal mit uns reden. Sie wollte uns das sagen. Ja, sie stand also bei mir am Fahrerfenster und sie hat auch nicht irgendwie ans Auto geklopft oder so, sondern Gundel hat einfach nur mit so einem auffordernden Blick suggeriert, öffnen Sie das Fenster, was ich auch gemacht habe. Ja, das war vielleicht unser Fauxpas, dass wir das Fenster geöffnet haben. Also eigentlich war, wenn man es jetzt genau nimmt, die Sache schon erledigt. Ja, das war klar, wir kriegen einen Zettel. Man hätte kein Gespräch mehr halten müssen. Nö, aber Gundel war das unheimlich wichtig und Gundel hat dann auch losgelegt. Ja, sag mal, ich kann es eigentlich nicht gut nachmachen, aber wirklich in so einem bayerischen Dialekt. Na, so geht's nicht. So geht's nicht, meine zwei Herren. So geht's nicht. Meine Herren, so geht's nicht. So geht's nicht. Dann habe ich ihr erklärt, ja, wir wissen es, es tut uns leid, wir konnten aber nicht neu, wir konnten, das ist nur bis 8 Uhr, dann müssen es um 8 auch losfahren, dann könnt es nicht länger stehen. Na, so geht's nicht. So geht's nicht, meine zwei Herren. Dann habe ich ihr gesagt, ja, wir hatten aber keine Münzen für den Automaten und Empfang war auch echt so schlecht, ich konnte es in der App nicht verlängern. Es hat wirklich, ich habe es auch wirklich versucht, es hat nicht geklappt. Ja, wir hatten tatsächlich sehr schlechten Internetempfang. So geht's nicht. Was hat sie gesagt? Das ist kein Grund. Das ist kein Grund. Fürs Nachtticket hat der Internetempfang gereicht noch und dann, als wir nachbuchen wollten, morgens ging's nicht und dann haben wir gedacht, naja, wir fahren eh gleich. So, in dem Moment ist ja eigentlich so ein Gespräch erledigt. Ja, weil sie hat uns ja gesagt, dass es so nicht geht. Und dann habe ich ihr gesagt, wir sind ja gerade am Aufbrechen, ich fahre dann jetzt los. Was ja auch eigentlich in ihrem Interesse sein müsste, weil damit beende ich dann das illegale Parkverhältnis, weil ich ja nicht bezahlt habe. Ich fahre jetzt los. Ja, es war ja auch erledigt. Aber Gundl redete weiter. Gundl fing wieder von vorne an. Ja. So geht's nicht. Ja, so geht's nicht, mein Herr. So geht's nicht. Nee, da müssen's fahren. Da müssen's fahren. Ja, dann fahren wir jetzt. Genau, wir fahren doch jetzt. Und dann, sie hörte nicht auf. Und dann habe ich einfach, nachdem ich das dritte Mal angekündigt habe, ich fahre jetzt. Gut, ich fahre dann jetzt. Da habe ich immer gesagt, ich fahre dann jetzt. Habe ich das Fenster zugemacht? Das hat sie erstmal nicht cool gefunden. Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber, wie gesagt, es gab auch nichts mehr zu besprechen. Nee, und dann bin ich gefahren und dann war sie richtig entsetzt. Dass ich während des Gesprächs einfach gefahren bin. Ja, sie war sauer. Wahrscheinlich warst du auch der Einzige, mit dem sie an diesem Morgen geredet hat, weil auf diesen Parkplätzen halt niemand war. Ich weiß nicht. Also, ich finde das echt so traurig, dass man, dass man, nichts gegen Menschen, die beim Ortungsamt arbeiten. Darum geht's gar nicht. Nein, um Gottes Willen. Das Thema war einfach erledigt, aber sie hatte so viel Spaß oder, ich weiß nicht, ob sie Spaß daran hatte, aber ihr ging es so sehr darum, uns mehrfach nochmal zu ermahnen und rund laufen zu lassen. Das war das, was mich eigentlich so traurig gemacht hat. Ich hatte richtig Mitleid mit ihr in dem Moment. Na, ich glaube, sie wollte einfach nur Einsicht von uns, die sie aber nicht so bekommen hat, in der Form, wie sie sie gerne gehabt hätte. Nicht von mir. Also, sie wollte Reue sehen. Nicht von mir. Nee. Weil das ist ja Quatsch. Also, der Platz ist riesengroß. Wir nehmen niemanden Platz weg. Wir haben auch bezahlt und ja, wir haben für die Extrastunde nicht nachgezahlt, aber es ist auch niemand gekommen. Wir haben niemand was weggenommen. Sie hätte auch, es ist auch okay, wir zahlen auch dieses 10-Euro-Ticket dafür. Ordnung muss sein. Ordnung muss sein. So geht's nicht. So geht's nicht. So geht's nicht. Aber wirklich, ganz ehrlich, man kann auch ein bisschen fröhlicher durchs Leben gehen. Ja, also ich habe auch schon freundlichere Ordnungsamtsmitarbeiter getroffen, die trotzdem einen Strafzettel ausgestellt haben, aber alles immer noch ein bisschen freundlich, ein bisschen mit, ja, das ist eigentlich alles, was man sagt, was Freundlichkeit. Mehr wollten wir ja gar nicht. Und darum ist das, glaube ich, eher Gundelsfauxpas anstatt unserer. Ich glaube auch. Also, so kann man es auch stehen lassen. Ich sehe nicht, also klar haben wir was falsch gemacht, indem wir nicht richtig nachzahlen konnten. Und dann dachten wir, es wäre auch okay so. Ja, aber der wirkliche Fauxpas war einfach nur die Art und Weise. Ja. Willkommen zur Dachboden-Revue. Neue Folgen immer montags in deiner Podcast-App. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020